Da vorne, die unterhalten sich. Die unterhalten sich auch. Dort lachen gerade manche miteinander. Alle haben irgendwie sich gefunden und du stehst alleine da. Niemand schaut dich gerade an. Du suchst nach Anschluss, du hast keine Ahnung, wer dort steht, den du irgendwie kennen könntest. Gut, manche kennst du, aber die sind schon in Gesprächen. Zu wem soll ich gehen? Und dann siehst du ein paar Arbeitskollegen. Da vorne stehen ein paar. Komm, da stelle ich mich dazu. Mit denen habe ich schon öfters gesprochen. Und du gehst und du hast vielleicht schon ein bisschen Vorfreude, weil die kennst du. Und du stellst dich dazu und hoffst, dass du jetzt integriert wirst und Teil dieser Gruppe sein kannst. Und die unterhalten sich weiter, aber integrieren dich nicht wirklich. Du wirst nicht in das Thema oder in das Gespräch irgendwie mit einbezogen. Dir werden keine Fragen gestellt. Die unterhalten sich weiter, so als ob du nicht da wärst. Und nach kurzer Zeit ist das Thema vorbei und jeder dreht sich um und verabschiedet sich und geht. Und auf einmal stehst du wieder da, Mutterseelen allein. Und nicht nur stehst du jetzt wieder da, wie du am Anfang da standest, allein es ist sogar noch schlimmer, weil du die Sorge hast, dass sie wegen dir gegangen sind. Und die Frage, die da in unseren Kopf kommt, ist, was mache ich falsch? Bin ich zu langweilig? Bin ich nicht interessant genug? Meiden die anderen mich? Und wir suchen die Fehler bei uns und natürlich auch an unseren Fähigkeiten, jemand anderen zu, jemand anderen dazu zu bringen, dass er an uns Interesse hat. Dass eine Frau an uns Interesse hat. Oh Mann, das kenne ich selber zu gut in der Uni damals, in, keine Ahnung, vor einem halben Jahr auf einer Party. Also selbst mir, selbst uns passiert das. Ich spoilere ein wenig dir, passiert das auch. Absolut. Und gerade das, also wie du es beschrieben hast, gerade dieses Gefühl von, ich gehe zu einer Gruppe hin und plötzlich löst sich die Gruppe auf. Oder alleine erst mal dieses Gefühl von, ich gehe zu der Gruppe hin und keiner macht gerade Platz für mich. Was ist denn das? Und auf der einen Seite bin ich schon am analysieren, okay, das und das kannst du machen und das und das sagt das mehr über die Person aus, die Personen aus, die dich nicht integrieren. Weil das ist etwas, was wir normalerweise tun als Gruppe und es nicht zu tun, jemanden nicht zu integrieren und ich will es gar nicht den Bogen zu groß machen. Jemanden nicht zu integrieren, der gerade in eine Gruppe dazukommt, ist ein bewusster Mechanismus. Es kann nämlich nicht sein, dass zum Beispiel in einer Gruppe von fünf Leuten dich niemand sieht, wenn du dich dazustellen möchtest. Aber natürlich kannst du auch dafür sorgen, dass du Aufmerksamkeit bekommst. Und wie du das machst, darüber sprechen wir heute in dieser Folge, ob du zu langweilig bist und wir gehen dazu auch einen Schritt tiefer, also einen Schritt auf die Meta-Ebene, ein Schritt auf die Ebene von einer Fähigkeit, einer Charaktereigenschaft, die landläufig bekannt ist als... Selbstvertrauen. Jetzt darfst du die Schleier lüften, Andi. Genau. Selbstvertrauen. Ja, diese Folge, die hätte ich mir gerne gewünscht. Vor 10, 15, 20 Jahren. Zehn Jahre nicht mehr, aber vor 15, 20 Jahren auf jeden Fall. Ja, ich weiß ja. Und zwar geben wir dir diese Hilfestellung heute mit. Und herzlich willkommen übrigens im Freundinnenfinden-Podcast. Mein Name ist Andi Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Das ist der Podcast für Männer mit Herz, für Männer mit Tiefe. Und natürlich wird auch Dominik, unser Experte für Selbstvertrauen, der sich ja auch schon gerade gemeldet hat, mit seiner Expertise dir dabei helfen, in dieser Folge und grundsätzlich echtes nachhaltiges Selbstvertrauen aufzubauen. Und mit diesen Worten, mein Lieber, begeben wir uns in die Höhle des Löwen. Also das Erste, was mir dort gerade auch in den Sinn gekommen ist, als du, Dominik, gerade die Situation noch weiter dargestellt hast, dass dann die Vorstellung dabei ist, machen die das absichtlich? Grenzen die mich gerade absichtlich aus? Und du hast ja gerade gesagt, das ist ein bewusster Mechanismus. Da kommt bei mir direkt die Erinnerung hoch, als ich derjenige war, der in einer Gruppe war. Und dann kam jemand dazu, für meine Perspektive, als ich noch nicht dazu fähig war, Leute zu integrieren, selber mich zu integrieren, also Interesse zu wecken, Interesse zu halten, zu verführen grundsätzlich, zu flirten, als ich das noch überhaupt nicht konnte und nicht derjenige war, der in einer Gruppe war. Und dann kommt jemand anderes dazu, bin ich nicht davon ausgegangen, dass es meine Verantwortung war, ihn zu integrieren. Ich war selber so nervös, dass ich gedacht habe, naja, das macht bestimmt jemand anders gerade oder das ist schon okay. Oder, naja, der kann das ja, die sind ja alle selbstbewusster als ich. Die können das ja alle besser als ich, also sollte ich jetzt gar nicht irgendwie den Wortführer hier unterbrechen, um den Neuankömmling zu integrieren, weil das wäre unhöflich, das wäre respektlos. Also sage ich lieber nichts. Und ich glaube, dass dieser Gedanke sogar mehreren durch den Kopf geht. Dass es für diejenigen, die das nicht so natürlich können oder die sich eher zurückhalten, introvertiert sind, schüchtern sind, dass es ganz normal ist, dass sie dann dem Wortführer in der Gruppe einfach das Wort überlassen und wenn der denjenigen nicht integriert, dann wird der nicht integriert. Derjenige macht das vielleicht sehr wohl bewusst, aber auch nur, aber dann auch wirklich nur, wenn er das bewusst macht, weil er diese Kompetenz hätte, jemanden zu integrieren, aber er wählt, ihn nicht zu integrieren. Naja, in jedem Fall bringt es nicht viel, sich darüber verrückt zu machen, ob das jetzt Absicht ist oder nicht, weil am Ende des Tages, finde ich, ist da immer der beste Schritt tatsächlich, die Empathie als erstes zu gehen und zu sagen, hey, vielleicht geht es ja den anderen genauso mies wie mir und die trauen sich ebenfalls nicht, jemanden zu integrieren. Natürlich bringt das nichts, wenn du in der Situation bist und es tut einfach weh, so. Das, was du beschrieben hast, das ist ja auch die, also das ist absolut richtig, dass die Gruppe kann natürlich auch oder jeder Einzelne der Gruppe dieser fünf Leute von mir aus, hat ja die Möglichkeit jederzeit den Wortführer von mir aus zu unterbrechen oder Platz zu machen oder das selber gerade anzusprechen, genauso wie du aber auch die Möglichkeit hast. Und das ist so das alte Prinzip von Empfänger und, also von Sender und Empfänger, das Sender-Empfänger-Modell einer Nachricht. Also im Sender-Empfänger-Modell ist entsprechend der Sender einer Nachricht, ist die Nachricht, die Information und der Empfänger. Und alle drei Punkte, alle drei, ja, alle drei Elemente sind Teil der Nachricht. Also selbst Empfänger und Sender sind Teil der Nachricht. Das heißt, wenn ich schon, wenn ich als Empfänger, so niemand macht mir gerade Platz in der Gruppe, merke, dass mir gerade niemand Platz macht, dann ist es aber auch meine Verantwortung, wenn ich Platz haben möchte, dafür zu sorgen, dass ich eine Nachricht sende, die dafür sorgt, dass ich Platz habe oder die Aussage tätigt, ich möchte gerne Platz haben. Das heißt, es ist sowohl die Aufgabe, die Verantwortung der Gruppe Platz zu machen und wenn die das nicht macht, dann ist es Aufgabe von dir Platz zu machen, wenn du Platz haben möchtest. Und das heißt, so einfach generell, das ist universell. Da gibt es tausend Beispiele aus der Geschichte, Millionen von Zitaten. Gandhi, der gesagt hat, be the change you want to see in the world, also sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Wenn du möchtest, dass die Welt friedvoll ist, dann sorge dafür, dass du friedvoll bist. Das heißt, wenn du Platz haben möchtest in der Gruppe, dann sorge dafür, dass du Platz hast in der Gruppe. Wenn die Gruppe nicht schon von vornherein Platz macht. Das heißt, einfach gerne die Verantwortung abzuschieben an die anderen. Die anderen haben das gemacht, die anderen haben das nicht gemacht. Ist super leicht und super faul. Und natürlich gehen wir davon aus, dass die Unsicherheit, die wir in unserem Inneren haben, das haben alle Menschen auch. Wir sind nichts Besonderes. Unsere Unsicherheit ist nichts Besonderes. Und andere Menschen haben die exakt gleiche Unsicherheit, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und wenn wir davon ausgehen, dann sind wir auch viel empathischer, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, Andi. Wir sind viel empathischer und wir gehen davon aus so, ach guck mal, die haben mich vielleicht jetzt gerade gar nicht gesehen. Ob das jetzt der Fall ist oder nicht, ob die mich jetzt gerade nicht gesehen haben, ist völlig irrelevant. Weil, wenn wir empathisch davon ausgehen, dann ist unser Vorgehen milder. Dann ist unser Vorgehen verbindend statt spaltend. Also statt halt zu sagen so, ey, ihr Idioten, macht mal Platz. Oder das zu denken oder das zu fühlen, gehen wir da hin und sagen so, oh, lass mich mal hier gerade dazwischen quetschen. Das klingt interessant, worüber ihr gerade sprecht. Und niemand wird sagen, nee, du nicht. Ja. Und selbst wenn sie das sagen, dann sagt das halt mehr über die aus. Das Ding, was du gerade gesagt hast mit irgendwie, der Wortführer, der Gruppe, der jetzt gerade irgendwie spricht oder seine Geschichte erzählt, der unterbricht seine Geschichte nicht, um Platz zu machen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und die anderen Menschen, die gerade zuhören, unterbrechen ihn nicht. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Weil, also, vorausgesetzt die nämlich wahr. So, manche, manche sehr schüchterne Menschen, und ich kenne das von mir damals auch, die sind so gut da drin, sich zu verstecken, dass sie ganz wenig Energie von sich geben, wenn sie in einer Gruppe unterwegs sind. Das sind Menschen, die sich, die stehen neben dir und sind versteckt. So, du bemerkst die nicht, weil sie ihre Energie, ihre Introversion so stark ausleben und ihre Energie so stark unterdrücken, dass wir sie gar nicht oder kaum wahrnehmen. Das heißt, so ganz oft in diesen Fällen nimmt die Gruppe dich vielleicht gar nicht wahr, wenn du hinter ihnen stehst. So, aber, sich bewusst dagegen zu entscheiden, gerade wenn sie dich wahrnehmen, aufzumachen, die Gruppe aufzumachen, damit du dich dazustellen kannst und Teil der Gruppe wirst, ist eine bewusste Entscheidung dafür. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen aus eigener Unsicherheit entsprechend wieder. So, darf ich den gerade unterbrechen? Ist das nicht unhöflich? Und all diese Gedanken, die drehen sich dann nicht mehr darum irgendwie, also die drehen sich auch vor allem gar nicht darum irgendwie um dich, sondern es ist eher der innere Kampf zwischen, bin ich jetzt höflich, diesen Menschen reinzulassen, dem Menschen, der gerade noch nicht Teil der Gruppe ist, oder bin ich jetzt höflich, den Wortführer gerade nicht zu unterbrechen? Und der Wortführer hat gerade, und das meine ich gerade auch mit der Basisregel von Selbstbewusstsein, der Wortführer hat gerade das Wort. Das heißt, er führt und wenn jemand führt, dann folgen wir. Und folgen ist super einfach für unser Gehirn, weil es Kalorien spart. Und es ist viel leichter dann entsprechend den, oder viel besser für unser Überleben, den Führer gerade nicht zu unterbrechen beim Führen, als jemand Neues in die Gruppe reinzulassen. Weil das ist ein neuer Gedanke und dann müssten wir in die Führungsrolle gehen. Aber jemand anderes führt gerade schon. Das heißt, wir würden in eine Form von Reibung gehen. Und Reibung ist genau dann das, was wir gerade nicht haben möchten. Ganz besonders dann, wenn wir aufgewachsen sind mit einem sehr großen Harmoniebedürfnis. Oder aufgewachsen sind als ganz große Schaf. Schaf zu sein, also ganz groß zu folgen. Ein Schaf bist du dann zum Beispiel, und jetzt rante ich ein wenig, wenn am Flughafen das Gate aufmacht und jetzt Zeit zum Boarding ist und du dich da hinstellst und dich in die Schlange stellst und 20 Minuten wartest, bis du da, bis du geboardet hast. Anstatt sitzen zu bleiben. Ja. Also das ist... Oh, da gibt es noch tausend andere Beispiele. Oh ja. Ja. Ich erinnere mich, in Prag waren für das Schloss auf dem Berg war das Haupttor geöffnet und da war eine riesenlange Schlange und es war ein superheißer Sommertag. Das war vor, ich glaube im Mai. Da war ich auf dem... Da warst du auch dabei. Da waren wir auf dem Anstrengkonzert. Da war ich nicht dabei. Und warst du dabei, als wir das Schloss besucht haben? Nee, ich glaube... Nee, ja, nee, da war es nicht, glaube ich. Genau. Und da war eine riesenlange Schlange unter dieser Hitze, Hitze, Hitze. Und wir wollten das Schloss sehen, aber ich habe mir gedacht, so, boah, das ist sauheiß. Also da anstellen, ja gut, wenn wir keine andere Wahl haben, aber was gibt es denn noch für Alternativen? Und dann habe ich nach links von der Schlange geschaut und da war noch mal ein anderer kleiner Eingang, aber der ging in den Hof vom Schloss. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, aber vielleicht geht es dann im Hof wieder rein ins Schloss. Ich schaue es mir das einfach mal an. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesehen, nachdem ich da reingegangen bin in den Hof, war noch eine kleinere Schlange. Also eine ganz, ganz kleine Schlange. Tatsächlich auch wieder vor Security, vor diesen Metalldetektoren. Und ich dachte mir so, komm ich hier rein? Dann habe ich den Security-Mann gefragt, do we come inside the castle here too? Und er hat gesagt, yes, yes. Alter. Und dann bin ich zurück zur Gruppe, habe gesagt, Leute, wir stellen uns da hinten an. Komm, auf geht's. Und habe die alle angeführt. Und so, komm, wir gehen jetzt da hinten hin. Und diese riesen Menschenschlange hat nicht daran gedacht. Die stand einfach da und hat gedacht, Ja gut, hier ist die Schlange. Ist wohl mein Schicksal. Uff. Also 100%. Das kann nicht sein. Ich weiß noch, da habe ich der Jacky auch gesagt, meiner Partnerin so, die meisten Menschen wollen einfach nur sich anreihen. Wortwörtlich. Was auch immer die Menge macht. Komm, wir machen das auch. Ist safe. Ist sicher. Da muss ich nicht außerhalb meiner Komfortzone sein. Wir machen einfach das Gleiche. Bloß, bloß nichts anders machen. Unglaublich. Unglaublich. Aber deswegen gibt es so wenige Menschen, die wirklich ihre Träume erreichen. Tja. Ja. Also das, gerade das Beispiel mit dem Flughafen und mit dem Boarding. Das zeigt dir auch, wie sehr du Spannungen und negative Situationen aushalten kannst. Also nur weil da jetzt steht irgendwie Last Call. Also du musst jetzt einsteigen. Du musst dich jetzt zum Gate begeben. Heißt das nicht, dass du dich jetzt zum Gate begeben musst. Da stehen noch 100 Menschen vor dir. Bleib sitzen. Geh nochmal aufs Klo. Hol dir noch was zu essen. Alles gut. Ja. Also ich habe erst zweimal. Hab einen Blick drauf, wie lang die Schlange ist. Und wenn sie so kurz wird, dass du jetzt dastehen würdest, dann solltest du natürlich auch dastehen. Aber wenn die Schlange direkt vor dir ist, da kannst du dich auch noch hinsetzen, ja. Ich habe nur zweimal, zweimal in meinem Leben Flug verpasst. Beides mit Peschmann. Und Peschmann, einer unserer guten Freunde und ehemaliger Coach mit uns im Team. Beide Male, weil wir einfach, weil wir einfach, also wir waren am Flughafen. Aber beide Male haben wir einfach nicht auf die Zeit geachtet. Deswegen haben wir den Flug verpasst. Weil wir nicht mal in der Nähe vom Gate waren. Wir waren draußen am Flughafen und haben einfach gequatscht. Und plötzlich schauen wir auf du. Oh, unser Flug ist vor fünf Minuten geflogen. Aber jedes Mal, wenn ich in der Nähe vom Gate war und keiner mehr dann in der Schlange war, nie den Flug verpassen. Alles gut. Alles gut. Dieser Zustand von diesem negativen Zustand aushalten. Jemand hat gesagt, aufstehen, bitte anstellen. Wir borden jetzt. Und dort dann das zu machen, was halt, was offensichtlich konträr ist zu der Stimme, die gerade laut gesprochen hat, was du zu tun hast. So wie das Gebot Gottes, was so durch die Lautsprechung gekommen ist. Das hast du zu tun. Und du machst es halt nicht, dass das, klar, da musst du einen negativen Gefühlszustand aushalten können. Und das ist Übungssache. Wir machen eine kleine Übung auch immer wieder, wenn wir in irgendeiner Tanzveranstaltung sind, wie jetzt auch in den kommenden Wochen wird das 100% auch wieder der Fall sein, wenn wir in Florenz sind mit unseren Teilnehmern. Und die Meute, die tanzt alle, also das kannst du überall beobachten, wenn es ein relativ kleiner Tanzraum ist, dann schauen alle ungefähr in dieselbe Richtung. Entweder alle schauen nach vorne, wo das DJ-Pult ist oder sowas, oder es gibt eine Gruppe oder irgendwie eine Gruppe von besonders heißen Frauen oder sowas, die irgendwo in der Mitte oder an der Seite ist und alle schauen zu denen. Vielleicht gibt es nochmal zwei, dann passiert dieses Phänomen nochmal auf der anderen Seite. Aber jeder macht halt das, was alle machen. Und um dort diesen Muskel zu üben und tatsächlich auch interessanter als alle anderen zu sein, sage ich immer, mach das Gegenteil. Wenn du nicht in der Menge untergehen willst, aber gleichzeitig wärst du auch gerne einfach mal derjenige, der von der Frau als positiv gesehen wird. Okay, dann darfst du nicht das machen, was alle machen, weil alle gaffen die Frauen an. Und gucken in eine Richtung oder gucken zum DJ oder was auch immer. Also, stell dich mit dem Rücken dahin, schau zu den Leuten, die dich gerade anschauen, die jetzt in diesem Falle dann dich anschauen, weil sie schauen ja an dir vorbei und manche werden dich auch anschauen. Und stell dich einfach hin und nick andere zu oder halt das aus. Anderes Beispiel, was ist, wenn du eine Frau ansprichst? Ja, auch etwas, was ja manche von unseren Teilnehmern auch schon mal gemacht haben, um nicht zu sagen, das lernst du bei uns, wie du eine fremde Frau auch ansprechen kannst und dort dann das Interesse wächst und dann mit ihr Nummern tauschen kannst, in die Tiefe gehen kannst, tiefgrünige Fragen stellst, sie kennenlernst und wieder auf einem Date triffst oder direkt auf ein Date mit ihr gehst. So wie das ja auch jetzt bei uns der Benjamin gemacht hat, der jetzt seinen allerersten Kuss ever hatte auf dem Date mit dieser Frau. Mega, mega, mega schön. Erster Date in seinem Leben, der ist schon Mitte 20. Toll. Und um das zu können, musst du auch okay sein mit dem negativen Szenario. Und das ist zum Beispiel, dass du einen Korb bekommst, dass du eine Abweisung bekommst. Und auch dort, wenn du eine Abweisung bekommst, dann ist die natürliche, in Anführungsstrichen, natürlich, ist nicht natürlich, sondern es ist eintrainiert, eingebläut, die eintrainierte Reaktion, den Schwanz einzuziehen und sich zu schämen und sich umzudrehen und oh mein Gott, das war das Peinlichste auf der ganzen Welt, sie hat mir einen Korb gegeben, ich muss hier weg. Und auch da, das komplette Gegenteil zu machen und zu sagen, nö, ich bleibe jetzt genau hier stehen, also sie darf natürlich dir einen Korb geben. Ich sage jetzt nicht, dass du dich hier auf zwingen solltest, sondern sie geht weg, sie hat keine Lust auf dich oder du sagst, alles gut, kein Problem, wünsche dir alles Gute, habt noch einen schönen Tag und dann verabschiedet ihr euch, sie geht und in dem Moment, wo sie weggeht, bleibt doch einfach noch für eine Weile da stehen, ja, ihr seid nicht mehr im Gespräch, sie ist schon weg, aber du bleibst noch da und schaust dich einfach ein bisschen umher, machst die Hände in die Hosentaschen, lächelst, zuckst vielleicht mit den Achseln, um nicht zu sagen, na, passiert. Und jeder, der dich vielleicht angucken könnte, dem nickst du lächelnd zu. im Sinne von, na, hättest du dich das getraut? Das macht so viel mit dir. Also, ein komplett anderer Blickwinkel auf dieselbe Situation. Das eine ist, oh, das war falsch, ich sollte mich schämen und das andere war, wow, das war krass, ich darf ganz schön stolz auf mich sein. Tja, das ist unsere Wahl, wie wir das wollen. gerade dieses antrainierte Schämen, also erstmal, wir haben eine gewisse natürliche Reaktion von Scham auf, entsprechend so, wir öffnen damit quasi, wenn wir eine fremde Frau ansprechen, öffnen wir quasi die Verbindung zu einer anderen bestehenden Gruppe, um es einfach mal aus evolutionären, Höhlenmenschen, Szenarien, Augen zu beschreiben. So, wir öffnen quasi die Verbindung zu einer anderen Gruppe und die andere Gruppe sagt so, nee, mit dir möchten wir nicht tauschen. Und dann entsprechend diese Scham zu spüren, ist ein wichtiges Merkmal von unserem Körper, um zu zeigen, dass wir nicht gefährlich sind, dass wir das nicht gefährlich meinten, dass wir es nicht aggressiv meinten und so weiter. Scham und zum Beispiel dann das Erröten, die körperliche Funktion dann davon, ist ein Zeichen dafür, dass wir keine Revolution aufbegehren oder den den Stamm nicht angreifen oder was auch immer oder es nicht böse meinten. Das ist eine vernünftige, normale Reaktion darauf. Das heißt nicht, dass wir sie brauchen. Wir können uns dieses Schamlevel abtrainieren. Es wird nie komplett verschwinden, weil das ist eine Emotion, die wir brauchen in unserer emotionalen Klaviatur. Aber wenn wir immer wieder direkt darauf zurückfallen und im Vorfeld uns schon gar nicht erst trauen, weil wir uns so sehr schämen, im Vorfeld schon, dann können wir da mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein daran arbeiten. Aber was das Problem ist, dieses antrainierte Schämen ist vielleicht auch etwas, wovor auch viele unserer Teilnehmer und Männer, die den Podcast hören, die Videos schauen, Angst haben. Gerade auch mit wann war das? Wann war die MeToo-Sache? Vor sechs Jahren oder so ging es los. Kurz sechs, sieben Jahre. Gerade dann ging es noch mal vermehrter los, weil viele Männer dann sagen so, ja, ich will ja eine Frau nichts Böses und jetzt traue ich mich schon, sie anzusprechen und jetzt sagst du, Andi, ich soll da stehen bleiben. Das ist doch dann noch mal mehr krasser, dann bin ich ja noch mal mehr dieser Idiot, der ich nicht sein will und dann haben ja die Frauen alles Recht da drauf und dann höre ich auch schon andere Menschen, die sagen oder andere Richtungen, die sagen so, ja, das macht man nicht, das ist doch Belästigung der Frauen gegenüber und nein, das ist es nicht. das ist. Meinst du, das Stehenbleiben als Belästigung oder das Angelegen? Genau, das Stehenbleiben selber, weil du damit nicht einhergehst oder nicht okay bist, dass sie dich abgelehnt hat und du solltest wieder gehen. Diese Stimmen gibt es. Okay, aber lass mich das dann noch mal in ein bisschen anderen Kontext rücken, weil ich habe genau denselben Gedanken gehabt, dass es natürlich, natürlich, wenn eine Frau sagt, nee, 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 ich habe einen Freund, ich gehe jetzt oder was auch immer, dann lass sie gehen, ja, Unabhängigkeit, 100 Prozent, da solltest du nicht, nein, nein, ich versuche jetzt doch noch mal was, das meine ich damit nicht. Ich meine wirklich ganz bewusst, dass du halt diesen Zustand des schlechten Gefühls in dir, den aushältst, aber gib ihr ruhig den körperlichen Abstand, den sie dann möchte und wenn das bedeutet, dass sie da wie festgewurzelt stehen bleibt und sagt, nee, 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 aber sie bewegt sich nicht weg, aber du merkst, dass sie sagt, nein, dann geh halt selber zwei Schritte zurück und sag, gar kein Problem, hey, kein Thema oder geh fünf Schritte zurück, gell, alles gut, das Thema ist vorbei und sie läuft dann weiter, dann bleib halt da, fünf Meter weiter weg, bleib dann noch mal da stehen und mach genau das, was ich beschrieben habe, schau dich umher, sei stolz drauf, das heißt jetzt nicht, wenn sie sagt, nee, dass du dann da einfach stehen bleibst und sie anstarrst, wollte ich damit nicht sagen. Ja, genau, es gibt Situationen natürlich, wo, das sind einfach dann Nuancen, aber da sprechen wir über wirkliche Feinheiten, wo es dann auch dann völlig okay ist, so auch wenn sie dann, wenn sie stehen bleibt, dass du dann auch dann in der Situation stehen bleibst und so weiter. Also das sind alles Feinheiten, wir können ja nur so ein ganz grobes Ding hier in diesem Rahmen hier festgeben. Also wenn dir solche Sachen schon mal öfter passiert sind, dann auf jeden Fall hast du die nächste Chance nach Florenz mit Andi zu gehen und dann entsprechend das in live zu sehen, wie du in diesen Situationen reagieren solltest, damit du das auch am eigenen Leib spürst, was entsprechend eventuell zu viel ist und nicht aus dem Sinne von zu viel, dass es irgendwie gerade, weil der Gedanke ist, oh, das ist übergriffig, sondern zu viel, weil diese menschlichen Barrieren, die wir haben, der intime Bereich, der persönliche Bereich, der soziale Bereich, diese Radien, die wir um uns herum haben und oftmals nämlich haben Männer, die eher aus der schüchternen, introvertierten Ecke kommen, die wenig Kontakt zu Frauen hatten und wenig soziale Kontakte haben oder hatten in ihrem Leben, die haben wenig Feingespür dafür, in welchem Bereich sie gerade sind. Daher kann entsprechend das ein sehr gutes Training sein, ein sehr gutes Aha-Moment, in die wir hervorrufen, das auch mal im eigenen Leib zu erfahren. Genau. Ich bin auch gerade dann entsprechend ein wenig abgedriftet über das, was ich eigentlich sprechen wollte. Wir sind nämlich hier über, wir sind nämlich hier über, bin ich zu langweilig zu sprechen und dann auch entsprechend über Selbstvertrauen. Und wie hängen die beiden Sachen zusammen? Lass uns das vielleicht mal gerade klären, weil wir nämlich auch uns ein wenig ausgelassen haben über diese Schafeigenschaft, die viele Männer haben oder viele Menschen haben, sich zum Beispiel anstellen, wenn diese göttliche Stimme aus dem Lautsprecher dröhnt. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass du eventuell tatsächlich zu langweilig bist. Nicht aus dem Grund, dass du nichts erlebst oder nicht aus dem Grund, dass du per se von Geburt an zu langweilig bist, sondern dass du nicht gelernt hast, wie wir es auch gerade gesagt haben, negative Gefühlsstände auszuhalten oder aber auch bewusst mal anzuecken, bewusst mal auf dich warten zu lassen, bewusst mal zu flirten, grundsätzlich zu flirten, emotionalen Wert zu kreieren, der einfach interessant ist. Genau. Also diese Situationen gibt es natürlich, dass jemand irgendwie, dass vielleicht diese Gruppe von fünf Leuten, die wir am Anfang geschrieben haben, dann sagen so, ach nee, da vorne ist der Erwin. Jetzt kommt der Erwin rüber. Und dann haben sie mit dem Erwin schon eine negative Verbindung geschaffen. Da ist auch ein emotionaler Wert mit dem Erwin verknüpft, aber dieser emotionale Wert ist nicht sehr lebengebend. Also die Emotion, die die Gruppe dann dem Erwin gegenüber spürt, weil sie Erwin als langweilig empfinden, ist lebennemend. Das nimmt das Leben dieser Party, dieser fünf Leute gerade, diese Gruppe. Daher freuen sie sich nicht, dass er jetzt gerade kommt. Wenn Erwin jetzt aber jemand wäre, der generell Spaß verbreitet, dann freuen sie sich, dass er kommt, weil er mehr Leben der Gruppe hinzufügt. Die Energie wird größer, wenn er kommt. Das ist dann der Moment, wo unsere Teilnehmer dann in den ersten drei Wochen auch schon merken, wow, wenn ich flirte, wenn ich Flirtelemente einsetze und wenn ich generell morgens schon mit diesem flirtigen Mindset aufstehe, reagieren Menschen ganz anders auf mich. Reagieren Menschen plötzlich so und auch im Laufe der Zeit so, dass sie immer wieder das Gespräch mit mir beginnen. Gar nicht erwarten können, mich wiederzusehen oder sich freuen sogar, wenn ich den Raum betrete, in dem die Party gerade ist. Was auch immer dann die Party ist, ob das einfach ein digitaler, virtueller Meetingraum ist oder das Büro ist oder eine tatsächliche Party. Das sehen wir so häufig. Es ist so krass, wie die Männer das immer wieder berichten, wie sie jetzt auf einmal einfach komplett anders ankommen. Wie ihre Mitarbeiter, wie ihre Kollegen, sowie sogar der Chef. Ich erinnere mich an eine Story, ich weiß nicht, ob ich die erzählt habe, ist schon ein bisschen länger her, aber die ist dem Markus passiert, wie er auf einer Veranstaltung, er war bei einem Vorstellungsgespräch und ist danach auf irgendeine Veranstaltung gegangen. Ich weiß aber nicht, welche. Und derjenige, der Recruiter und derjenige von der Personalabteilung, ach ja, richtig, derjenige, genau, derjenige, der ihn interviewt hat für die Stelle, war dann ebenfalls da bei diesem Speed-Dating. Und dann war der so locker, ist auf ihn zugegangen, also der Markus war so locker, ist auf diesen Personalabteilungsleiter zugegangen, hat einfach so das Gespräch begonnen, hey, dies, das, ja, und locker, locker, locker und hat so viel emotionalen Wert gegeben, erschaffen, ja, dass dieser Kerl immer wieder dann versucht hat zu sagen, ja, und, ja, wirst du dann bei uns sein, willst du die Stelle haben und so weiter und der Markus war so locker, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, was habt ihr mir noch so zu bieten, was kann denn der Laden noch so, oder was, hat die ganze Zeit denjenigen herausgefordert, gesagt, was macht ihr denn richtig cooles, erzähl mal das Coolste, was ihr jemals irgendwie gemacht habt. Und der Personalabteilungsleiter ist immer mehr in die Rolle verfallen von, ich werde hier interviewt, also, die Rollen waren komplett vertauscht, ja, derjenige, der eigentlich sich auf einen Job beworben hat, war jetzt derjenige, der den Jobangebotsmenschen quasi vor die Situation gestellt hat, ja, was habt ihr mir denn zu bieten, warum soll ich den Job bei euch nehmen, ich überlege es mir, aber ich bin mir noch nicht sicher, warum soll ich den Job nehmen. Und das ist mega cool, mega cool, was möglich ist, wie du Gewohnheiten komplett, 180 Grad switchen kannst, um jetzt jemand zu sein, der interessant ist. Also, auf diesem Speed-Dating-Event hat Markus dann ja noch die, mit all den Mädels dann natürlich geschäkert, hatte, hatte dann noch ein Date mit einem dieser Mädels und ich glaube, es ging so noch über ein paar Wochen, also, weil er auch vor allem in einer anderen Stadt gewohnt hat und dann immer in diese Stadt, wo das Event und der neue Job war, hingependelt ist. Das ist einfach so, das war für ihn vorher überhaupt nicht vorstellbar. Und einfach, weil du in einer ganz anderen Stimmung bist, du bist in einer ganz anderen Stimmung, weil du flirtest, weil du plötzlich merkst, dass du die emotionale Führung hier übernimmst und Menschen davon einfach nicht genug bekommen können. Dann bist du nämlich nicht mehr langweilig, dann bist du nämlich nicht mehr die Emotion, die in einer Gruppe Energie nimmt. Das ist dann, wenn wir zum Beispiel, wenn wir jemanden als Energiewampir bezeichnen. Ein Energiewampir ist jemand, der es nicht prinzipiell böse meint mit uns. Das ist auch nicht eine Charaktereigenschaft, die ein Mensch inhärent hat, also mit der er geboren ist oder sowas. Das ist immer nur persönlich zu der Person, die ihn als Energiewampir wahrnimmt. Und das ist, das kann sein, wenn einfach die Diskrepanz von der eigenen Stimmung, von der Standard, von der Baseline-Stimmung, die wir haben, so krass abweicht zu der Baseline-Stimmung oder der situativen Stimmung, die diese Person hat. Beispiel. Wenn du jemand bist, der, der sich sehr gerne über Menschen aufregt und sehr gerne anderen Menschen die Schuld gibt und sehr gerne irgendwie sagt, oh, die da oben machen schon wieder dies und das und sich entsprechend sehr viel empört über was alle machen und so weiter. Und dann kommt jemand auf eine Party oder du lernst jemanden kennen, der das nicht macht, der Menschen als alle auf Augenhöhe sieht und Spaß hat und Menschen miteinander verbindet und connectet. Dann kann das zu krass für dich sein und du wirst dann entsprechend auch über ihn sagen, oh, das passt nicht, er ist ein Energiewampir, obwohl die Energie höher ist. Und derjenige, der so viel Freude hat, könnte sagen, oh, du bist ein Energiewampir, wird er wahrscheinlich nicht sagen, weil er so sehr in seiner Energie gefestigt ist, aber oder du könntest halt sagen, wenn du auf der niedrigen Energie bist, das will ich auch. Das wäre aber sehr wenig Ego, was du dann an dieser Stelle hättest, wenn du sowieso so viel im Ego bist und dich über andere Menschen aufregst und sagst, der ist schlecht, ich bin besser. Dann bist du sehr im Stolz gefangen. Aber dann bist du, wenn dieses Kepanz zu groß ist, dann kann es sein, dass du den anderen als Energiewampir wahnst, nach oben oder nach unten hin. Und das bedeutet, Energiewampir bedeutet, das Bild von Vampir ist so schön, weil der nimmt das Leben und was er entsprechend saugt, ist halt nicht Blut, sondern Energie. Und Energie sind unsere Emotionen, das ist unsere Stimmung, das ist unsere Lebensenergie. Und wenn wir entsprechend lernen zu flirten, dann haben wir mehr Lebensenergie. Und Menschen wollen Teil davon sein, Menschen wollen davon was abhaben. wir glauben, dass wir, das ist der gleiche Grund, warum sich viele Menschen mit, wenn sie irgendwo einen Star sehen, einen Promi sehen, irgendwo, dann gerne ein Selfie mit ihm haben möchten. Und ganz besonders, wenn du ein eigenes Business hast, dann möchtest du gerne mit dem großen Verkaufsmeister oder mit dem großen Social Media Meister oder sowas ein Selfie haben und das auf deiner Instagram Wall posten, weil du glaubst, also da gibt es einfach einen Assoziationseffekt in unserem Kopf, wenn dieser Mensch ein Selfie mit dieser Person hat, dann färbt, also wenn dieser Mensch ein Selfie mit einer Prominenz hat, dann färbt ein wenig Prominenz auf diesen Menschen ab, ein wenig Status auf diesen Menschen ab. Und das kann sein für den einen oder anderen, für den einen oder anderen, der das sieht, aber das ist entsprechend eine Form von Status Vampir. Und das hält halt nicht lange an. Du bist halt dann wieder hungrig, weil du Vampir bist. Du willst dann mehr davon haben. Und weil du halt nicht ständig Promis um dich herum hast, weil du kein eigener Promi bist, dann wird das auch nicht lange anhalten. Weißt du, wenn ich mir die Frage stelle, ob ich zu langweilig bin, dann sollte ich auch so ehrlich sein, dass ich diese Möglichkeit einräume, dass ich es vielleicht auch bin. Und das ist dann nichts weiter Schlimmes, weil dann kann ich es ja lernen, wie ich es nicht bin, wie du gesagt hast, Dominik. Das ist eine Fähigkeit, die nicht mal, dass du sie noch nicht gelernt hast, vielleicht konntest du sie ja schon mal intrinsisch und hast sie dann aber verlernt, weil Leute immer wieder, als wir klein waren, uns gesagt haben, lass das, du störst, das macht man nicht und so weiter. Und auf einmal waren wir viel doziler und haben uns nicht mehr wirklich getraut, aus uns heraus zu kommen, uns selber zu sein. So, was ist, wenn du jetzt tatsächlich einfach gerade zu langweilig bist? Was bedeutet das dann? Heißt das, dass du für die Frau, die du magst, zu langweilig bist? Oder heißt das, dass du zu langweilig bist für alle Menschen? Für wen denn? Für wen bist du zu langweilig? Offensichtlich vielleicht für dich selber, weil du dich nicht gut fühlst. Okay, aber bist du dann auch zu langweilig für die Frau, bei der es drauf ankommt? Vielleicht nicht. Vielleicht bist du bei ihr genau richtig. Vielleicht ist das, was sie sucht, nicht jemand, der souverän, lustig, mutig auf andere zugeht und das Gespräch eröffnet, sondern vielleicht sucht sie ja denjenigen, der das Sprichwort verkörpert, stille Wasser sind tief. Der erst sich zurücklehnt, genauso wie sie und dann per Zufall mit ihr nebeneinander sitzt und auf einmal das Gespräch geht ganz subtil los und es klickt einfach und sie mag deine ruhige Art, sie mag deine zurückhaltende Art, sie findet dich interessant, süß, clever, ist genau ihr Typ und die Dinge, über die ihr euch dann unterhaltet, haben einfach viel mehr Fundament als alle anderen Gespräche, die du sonst geführt hättest. Das kann genauso wahr sein. Aber. Und hier ist das Aber. diese Stärke, die du hast, das Potenzial, das du hast, dein Charisma-Potenzial, was wir ja in der Flirt-Typ- und Charisma-Analyse genau unter die Lupe nehmen, deswegen ich das ja gerade dieses Szenario auch gezeigt habe, dieses Potenzial, das du da hast, das kannst du vielleicht nicht nutzen, weil sie per Zufall eben gerade nicht zu dir geschaut hat oder per Zufall in fünf Minuten diese Veranstaltung verlassen muss oder per Zufall gerade nicht auf der Veranstaltung ist. Oder du bist nicht auf der Veranstaltung, weil du dir gesagt hast, das liegt mir eh nicht, ich mag Feierei nicht, ich bleib lieber zu Hause. Und wenn all diese Gegebenheiten da sind und das ist sehr realistisch, dass eines dieser Gegebenheiten oder alle aktiv sind, dann wirst du sie nicht kennenlernen, dann wird sie dich nicht treffen, dann kann sie sich nicht in dich verlieben und dann könnt ihr nicht zusammenkommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, obwohl du Stärken hast und obwohl dein Charisma-Potenzial echt klasse ist als Tiefgründiger, als Zurückhaltender, als respektvoller Mann, kannst du das nicht für dich nutzen und es wird einfach wie in der Schublade irgendwo verschwinden. Es ist einfach nicht da. Du traust dich nicht, du gehst nicht den Weg, den andere nicht sich trauen. Das heißt, du kommst nicht außerhalb dieser Zone des Unangenehmens. Du gehst zum Beispiel nicht auf diese Gruppe zu, die da steht. Du traust dich nicht, dir deinen Platz einzunehmen, wie Dominik gesagt hat und du suchst nicht das Gespräch. Du willst das auch nicht interessant gestalten, weil du vielleicht sogar, und darüber haben wir einige Folgen gemacht von diesem Podcast, weil du vielleicht dir selber sagst, ich bin ja nicht so einer. Ich bin ja eher der Ruhige. Ich bin ja eher derjenige, der sich zurückhält und dann, wenn er was sagt, dann hat er das Hand und Fuß. Ich bin jetzt nicht so der aufbrausende Macho, der Aufreißer, das bin ich einfach nicht. Und aufgrund dieser Zertifizierung, aufgrund dieser Personifizierung von dir, ich bin der, ich bin nicht der, hast du einen riesen Stoppschild vor dir für alles, was flirten, emotionale Intelligenz, Anziehung und alles, was dich eigentlich in den Vordergrund rücken könnte, bei dieser besonderen Frau, das hast du alles beiseite geschoben. Weil du es verurteilst. Weil du sagst, nee, nee, das machen die anderen. Das machen die lauten Schreihälse, Machos, Aufreißer und so weiter. Und das ist ein enormer Fehler. Da bringt dir all das Herz, das du hast, nichts. Es ist genauso, wie wenn du ein gutes Herz hast. Der Mann hat ein echt gutes Herz. Okay, was macht er denn für die Welt? Ist er sozial engagiert? Hilft der anderen? Spendet er viel? Was macht er? Nee, der ist einfach sehr freundlich, wenn du mit ihm redest. Sorry, aber dann ist dieses gute Herz, das du hast, nicht viel wert. Denn Resultate zählen in der echten Welt. Was tust du denn für andere? Ist es nur drüber nachdenken, ich könnte ja Entwicklungsarbeit in Afrika leisten und dann klopfst du auf die Schulter, dass du so ein toller Kerl bist? Oder fliegst du tatsächlich nach Eritrea und machst dort etwas? Und genau so sieht es dann eben auch bei der Frau aus, die vor dir steht und zu der du jetzt hingehen solltest. Es bringt dir gar nichts, dich darauf, dir, dir, dir ein mental darauf runterzuholen, dass du so ein toller Kerl bist, der tiefgründig ist, wenn du nicht den Mumm hast, um was zu verändern und hinzugehen und tatsächlich auch die Bereiche deiner Persönlichkeit zu nutzen, die du noch nicht so aktiv genutzt hast, die noch dormant sind, die vielleicht von den Obrigkeiten von früher plattgedrückt wurden, als sie gesagt haben, das macht man nicht, lass das, sei nicht so laut, dräng dich nicht so anderen auf und deswegen tust du es nicht, deswegen bist du nicht du selbst und das ist so fatal und so traurig und so eine Tragödie, dass du es nicht akzeptieren darfst, dass das passiert. Okay? Du bist heute hier, du hörst diese Folge, du schaust diese Folge, wo auch immer wir uns gerade sehen, du darfst nicht akzeptieren, dass das ab sofort weiterhin die Norm für dein Leben bleibt. Inakzeptabel. Es heißt jetzt rausgehen, aus dir selber auch rausgehen und dich trauen, Dinge zu tun, die sich komisch anfühlen, die schlecht ankommen könnten. Du tust das nicht, weil du dich zum Affen machen willst. Du tust das, weil du weißt, dass in der Hierarchie der Kompetenz, dass auf der Skala des Lernens, egal welcher Fertigkeit, es immer am Anfang komisch ist. Es ist immer komisch, wenn du noch in der unbewussten Inkompetenz bist. Das ist der Moment, wo du da stehst und du hast keine Ahnung, warum alle jetzt gerade den Kreis verlassen haben und du stehst alleine da und denkst dir, boah, bin ich so uninteressant, dass die mich so meiden. Du hast keine Ahnung, warum sie dich meiden, aber sie meiden dich. Du bist gerade unbewusst inkompetent. Die nächste Stufe ist die bewusste Inkompetenz. Du bist auf einmal dir klar, dass du nicht emotional wertig, flirtig anziehst. Du kannst kein Vakuum aufbauen. Du kannst nicht negative Gefühlszustände aushalten. Du hast die Disziplin nicht, das über Wochen und Monate zu lernen, dir auch Zeit für dich zu nehmen, eine Stunde am Tag für dich zu nehmen, damit du wachsen kannst, weil du sagst, ah, das ist zu viel Arbeit und nee, ich bin nicht so ein Kerl und du hast dieses Riesen-Ego und sagst dir, nee, 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 ich bin nicht so ein Aufreißer und was weiß ich da alles für Ausreden kommen. All diese Gründe, die halten dich dann davor zurück, aber du sagst, ich will das verändern. Und dann bist du in der bewussten Inkompetenz. Du weißt, dass es gerade nicht läuft, aber du weißt, wie es läuft und du willst das verändern. Wunderbar. Jetzt wird es eine Weile komisch sein, weil du Dinge ausprobieren wirst, wie immer. Wenn du noch gar kein Fahrrad fahren kannst, dann wirst du ein paar Mal die Knie aufschürfen. Ist okay. Du hast Leute um dich herum, die dir dabei helfen. Nach einer Weile kannst du dein Fahrrad fahren. Dann bist du noch zwar sehr bewusst beim Fahrrad fahren. Okay, ich muss hier lenken, bremsen und du machst das noch sehr bewusst und damit bewegen wir uns dann in die Gegend von bewusster Kompetenz. Das ist die dritte Stufe. Du weißt jetzt, was du tust. Du machst es auch sehr bewusst und weil du es bewusst machst, könnten da noch Fehler passieren, aber du machst es und du machst es sogar und es funktioniert. Das ist auch die Station, die Stufe, wo viele aufgeben, weil es ab und zu schwer wird, weil es ungewohnt ist, weil es so, das bin ich nicht. Ah, ich habe das jetzt versucht, das bin ich nicht. Und das Blöde damit ist, das ist halt die Matrix. Du hast halt die entsprechend farbige Pille genommen, ich glaube die rote und kannst halt nicht wieder zurück. Du hast die Matrix gesehen. Du hast gesehen, dass du diese Unzulänglichkeiten hast, diese Fehler machst, dieses Thema hast du begonnen. Und nur weil es jetzt ein bisschen schwer wird und wenn du aufhörst, wirst du trotzdem nicht wieder zurück in unbewusste Inkompetenz kommen. Also nicht wieder zurück in Stufe 1, nicht wieder zurück in oh, ich weiß gar nicht, dass ich diese Fehler mache. Sondern du wirst maximal zurück in Stufe 2 gehen, wo du sagst, also in bewusste Inkompetenz, ich kann das nicht. Ach guck mal, hier ist wieder die Situation, wo ich das nicht kann. Und weil du gesehen hast, dass du aufgegeben hast, weil du nicht die Disziplin hattest, durchzuhalten, weil du nicht das Selbstvertrauen an den Tag gelegt hast, um durchzuhalten, wirst du dich schämen. Ja. Du wirst ständig in diesen Situationen, du wirst die Situation vermeiden und wenn du die Situation bewusst vermeidest, wirst du ein Gefühl von Bedauern, Bereuen fühlen und wenn du in der Situation warst, wirst du auch ein Gefühl von Bedauern, Bereuen fühlen von ach, hätte ich mal. Ich wünschte, ich wäre. Und dann ist irgendwann mal das Licht aus und alle Menschen, die dich mochten, werden nach ein paar Jahren wieder ihr Leben leben und so als ob es dich nie gegeben hätte. What the fuck? Wie kann es sein, dass du dich selber so unwichtig nimmst, dass du sagst, naja, dann ändert sich halt nichts, dann kann ich es halt nicht. Inakzeptabel. Setz dir dort eine Grenze. Bis hierher habe ich mein Leben so gelebt, ich will das nicht mehr. Ich will jetzt das können, was andere können, was Andi auch nicht konnte, was Dominik auch nicht konnte, aber wo sie gesagt haben, ich lerne das jetzt und ich werde das jetzt auch lernen. Ich werde das auch lernen. Koste es, was es wolle. Und das meine ich wirklich, koste es, was es wolle. Es kostet natürlich auch Geld, wenn du ins Coaching kommst. So what? Alles kostet Geld. Dein Auto kostet Geld. Aber hättest du lieber einen Neuwagen oder hättest du lieber die Fähigkeit, jederzeit eine Frau kennenzulernen, auf die du Lust hast und mit dir zusammen eine wunderschöne Geschichte zu schreiben, die im Bett endet oder die im Urlaub endet oder die in einer Hochzeit irgendwo in einem Schloss in einer deutschen Burg endet, weil ihr zwei für den Rest eures Lebens sich füreinander entscheiden werdet. Naja gut, alles kostet Geld. Was mache ich? Naja, ich hole mir lieber einen neuen Fernseher. Also wie dumm wäre das denn? Okay, runterkommen. Es ist Vermeidung. Es ist Vermeidung. Lass uns da tatsächlich gerade nochmal drüber sprechen. All dieses, was wir gerne so als Midlife-Crisis bezeichnen, die Tätigkeiten, die ein Mann mittleren Alters macht, weil er plötzlich feststellt, dass er nicht das Leben lebt, was er gerne hätte und das gerne rumdrehen möchte, einfach um sich besser zu fühlen und kauft sich dann den berühmten roten Sportwagen. Weil er glaubt, dass er damit dann endlich der Kerl ist, der die Frauen anzieht. Und hier und da wird dann natürlich auch die eine oder andere Frau darauf anspringen und so weiter. Das heißt nicht, dass es diese Frauen nicht gibt, aber das sagt halt auch was über diese Frauen aus. So, aber dieses, all dieses, der klassische rote Sportwagen, wie der auch immer aussieht, das dritte Motorrad in der Garage, das größere Haus, der größere Fernseher, was auch immer. All das ist einerseits erstmal nur eine Ablenkung, aber auf der anderen Seite auch mehr Invest in Status, in eine passive Sache, in, Status ist so viel, so viel, so viel Inhalt gerade wird produziert für, für Männer, die nicht die Arbeit in sich tätigen möchten. So, so viele Videos und so weiter werden produziert für Männer, die glauben, dass sie größer und mehr Status haben müssen. Mehr Geld, mehr, was auch immer. Den berühmten roten Sportwagen, um, um endlich die Frau anzuziehen. Damit sie sich dann, weil wir, wir verknüpfen dann nämlich mit dem, mit dem Gedanken, ach, wenn ich dann dieses Ding habe, erschafft mir das einen riesengroßen Vorteil und ich ziehe dann endlich die Frauen in mein Leben, die ich so heiß finde und dann habe ich die Erfüllung, die ich haben möchte. Dann habe ich das Glück, die Freude, die ich haben möchte. Und das wissen wir, auch du weißt das, dass Glück nicht von außen kommen kann. Du kannst das gar nicht greifen, wenn das nicht schon in dir ist, wenn die Zufriedenheit nicht schon in dir ist, das englische Wort für Glück ist Happiness. Und Happiness kommt etymologisch von dem Wort It happened. Also von das, was gerade happens, was gerade passiert. Wenn du mit dem, was gerade passiert, im Reinen bist, das nennen wir Happiness. Happiness ist nicht das, was in Zukunft sein wird oder was wahr, ist das, was gerade im Moment ist. Wow. Ja, ja, go ahead. Ich hoffe, du sagst es das Wort und ich denke. Auch das Wort Enjoy, also das Wort genießen, Enjoy, ist, kommt von Enjoy, being in Joy. Also ich bin quasi gerade im Genuss. Ich bin nicht in der Zukunft im Genuss. Ich bin nicht in der Vergangenheit im Genuss. Ich bin jetzt im Genuss. I enjoy myself. Und die, also gerade die englische Sprache ist, ist so faszinierend, wenn es um um Deswegen sind die Amis auch viel selbstbewusster. Deswegen haben die einfach mehr Selbstbewusstsein als wir. Glück, wo du es gerade gesagt hast, wolltest du noch über Glück reden? Das deutsche Wort? Ja, also Glück kommt vom niederdeutschen Wort Gelucke, von Gelingen. Es ist mir gelungen, es gelingt mir. Das ist ein Wort, das nicht entsprechend Glück passiert mir nicht. Glück ist das, was ich tue. Ja, aber okay, das ist wahr, aber wie konnotieren wir Glück? Glück ist dasselbe wie per Zufall positive Dinge passieren. Das ist eine komplett andere Sicht auf Zufriedenheit, auf glücklich sein. Wenn wir sagen, Happiness ist etwas, it happens, es ist gerade einfach nur passiert und deswegen darf ich glücklich sein, weil egal was passiert, das passiert gerade einfach nur und das ist toll, ich bin am Leben, ich darf sehen, wie Dinge passieren, also bin ich happy oder nee, ich muss abwarten und per Zufall muss irgendwas Tolles passieren, das Glück muss mir in den Schoß fallen, glücklich sein muss per Zufall passieren, ich muss Glück haben, ich muss Glück haben, dass ich glücklich bin. Wow, was für ein miserables Selbstgehirnwäsche für ein schlechtes Selbstbildnis, für ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle, ich bin abhängig von äußeren Begebenheiten. Oh mein Gott. Hey, ich weiß, wir regen uns gerade so ein bisschen darüber auf, aber wir sehen es halt im Coaching. Jungs, das müsstet ihr erleben, welche Worte, sobald dir einmal die Augen geöffnet wurden, fällt es dir überall auf, wie Leute sich mit ihrer eigenen Sprache ständig selber manipulieren, sich noch mehr fertig machen und sich selber unmündig machen. Wie du immer sagst, Dominik, die Sprache ist die Kleidung unserer Gedanken. Das, was du denkst, was du wiederholt denkst, das wirst du tun. Das, was du tust, wird, wenn du es oft genug machst, zu deiner Gewohnheit und was deine Gewohnheiten sind, das wirst irgendwann du. Du bist die Summe deiner Gewohnheiten, deine Gewohnheiten sind die Summe der Dinge, die du tust, die Dinge, die du tust, sind die Summe der Dinge, die du sagst und die du denkst und deswegen ist so wichtig, dass du dort einen Cut machst bei dem, was du sagst, dass du dir nicht solche schwachsinnigen Sachen sagst, sondern dass du selbstbewusstseinsfördernde Dinge sagst. Wie sprichst du mit dir selber? Ist das ein selbstbewusstseinsfördernder Dialog oder ein runterziehender Dialog? Bruce Lee hat auch was richtig Geiles gesagt. Er hat gesagt, sprich nicht schlecht über dich, nicht mal im Scherz. Denn was wir sagen, dazu werden wir. Und wenn du, was war es? Warte, warte, warte. Ich müsste es jetzt nachschlagen, weil es ist schwierig, das in meiner Erinnerung rauszukramen. Und Worte können wie ein 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 Genesungsmittel sein oder wie Gift. Und du solltest dich niemals mit deinen eigenen Worten vergiften. So ungefähr. Ja. nutze sie, um die stark zu machen. Absolut. Also die, wir haben 70.000, rund 70.000 Gedanken jeden Tag. Davon ist ein Großteil Gedanken, die wir gestern schon gedacht haben. Und Jung hat damals, also Karl Gustav Jung hat damals schon gesagt, solange wir das Unbewusste nicht bewusst machen, hat es Kontrolle über uns. Das heißt, wenn wir alleine anfangen, einmal bewusst auf die Sprache zu achten, das ist der größte Hebel, den wir haben. Die Gedanken, die wir uns selber zuflüstern, die wir auch sprechen, wenn wir auf unsere Sprache achten, hat das einen extrem großen Effekt auf unser Leben. Und ich wollte es gerade nochmal, weil wir über Glück gesprochen haben, noch eine weitere Sprache in den Raum werfen, weil das ist auch so im Landläufigen Gebrauch, das Wort, ja, ich habe die Chance dazu oder ich habe meine Chance vertan, ich habe meine Chance verkackt, sie anzusprechen. Chance verpasst. Chance, Chance ist Französisch La Chance, das Glück. Also das bedeutet nicht irgendwie, dass das du, also wie wir Glück benutzen, dass du die Fähigkeit dazu hast, dass du die Situation selber erschaffen hast, sondern dass sie gerade da war und du deine Chance verpasst hast. Du bist der Untergebene, wenn du so denkst, dass du deine Chance verpasst hast. Das bist du aber nicht. Du erschaffst deine eigene Realität. du siehst sie, du gehst dahin. Du handelst nach bestem Wissen und Gewissen und sprichst mit ihr und sagst. Genau, sofern du das auch machst und und entsprechend wird dann da was bei rauskommen. Entweder sagt sie, oh nee, danke, kein Interesse oder es geht halt nochmal dann einen Schritt weiter. Aber du handelst halt nach bestem Wissen und Gewissen. Würdest du besseres Wissen haben, würdest du besser handeln? Aber du kannst halt nicht besseres Wissen erlangen, wenn du nicht handelst, wenn du nicht Erfahrungen machst. Sonst kann halt kein Wissen entstehen. Wissen, ein anderes Wort für Wissen ist Weisheit und Weisheit ist Erfahrung minus Emotion. Du musst die Erfahrung machen, die verarbeiten, die Emotionen dann rausnehmen, um zu wissen, okay, ich kann das und das machen. Das und das darf ich. Was heißt darf ich? Also in deinem Wahrnehmungsfeld, in dem du dich gerade erweitert hast, in deiner Komfortzone darfst du das und du darfst auch gerne über deine Komfortzone hinausgehen. Das ist, wir haben am Anfang angekündigt, dass wir über Selbstvertrauen sprechen und du hast dir wahrscheinlich gedacht, wir entzupfen das Wort Selbstvertrauen, aber wir sprechen seit Minute 1 über Selbstvertrauen. Wir sprechen seit Minute 1 über Selbstwertgefühl, über Selbstbewusstsein. All das ist verwoben ineinander. Das ist ein riesiger Baum, der mit, das ist vielleicht nicht das richtige Bild, aber es ist ein riesiger Baum, dessen Äste zusammenwachsen, in die Erde gehen, mit den Wurzeln zusammenwachsen und dann wieder oben herauskommen. Das hängt alles miteinander zusammen und wie du mit dir selber sprichst. Also ein Wollknäuel, was du in Wasser tauchst, so vielleicht. Wollknäuel sogar noch. Oder die Schlange, die sich selbst in den eigenen Schwanz beißt. Der Ouroboros, auch bekannt. Ja. Bekannt, sehr bekannt. Ja, genau. Also das ist genau das, worüber wir sprechen und wenn du dir schon die Frage stellst, bin ich zu langweilig oder wir sind bestimmt wegen mir gegangen, dann ist das dein Hinweis gerade, dann ist das dein Stichwort, auf deine Gedanken zu achten. Was denkst du über dich? Welche Worte sagst du dir selber, dass du gerade sagst so, okay, die sind gerade wegen mir gegangen oder die wollen bestimmt nicht mit mir sprechen, weil ich zu langweilig bin. Ja, dann wird genau das passieren. Dann wirst du genau dieser Mensch sein. Ja, und weil du dann nichts tust, um das zu verändern, bleibt es dann auch so und es wird vielleicht noch schlimmer werden. Es wird auch schlimmer werden. Es wird immer schlimmer werden. Wir bewegen uns entweder nach oben oder nach unten. Es gibt keinen Stillstand. Entweder wir wachsen, Aufwärtsspirale oder wir schrumpfen in unserem Selbstwert, in unserer Erfahrung, in allem. Ja, ich wollte dich nicht. Also gut, ich habe dich unterbrochen. Aber wo waren wir? Dominik? Selbstvertrauen. Ja. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, dass du dir selber vertrauen kannst. Ja. Es bedeutet, es bedeutet, dass du dir selber Versprechen machst und sie einhältst. Es bedeutet, dass du gut zu dir bist. Wem vertrauen wir? Wir vertrauen Menschen, die gut zu uns sind. Wir vertrauen nicht Menschen, die uns hintergehen. Wir vertrauen nicht Menschen, die uns A sagen, aber B machen. Die uns Sicherheit vorgaukeln, aber uns dann eine Backpfeife geben. Den Menschen vertrauen wir nicht. Aber das ist das, was wir uns selber sagen. Wir sagen, okay, ich gehe da jetzt mal hin. Ich spreche jetzt mal vielleicht diese Frau an. Und dann habe ich eine Emotion dazu, ein Gefühl dazu, dass ich da aber eigentlich gar nicht hingehen möchte. Das heißt, ich gaukel mir A vor, aber mache intern B. Ich mache, meine Bewegung in der materiellen Welt ist in der 3D-Welt zu der Frau hin, aber meine interne Bewegung ist Stillstand oder in die andere Richtung. Dann kann sich kein Selbstvertrauen entwickeln, wenn ich mir keine kongruenten Signale sende. Und das fängt damit an, wenn ich mir, ich muss mir selber Versprechen machen und sie einhalten. Das alte Beispiel davon, es ist Neujahr und du machst dir von mir aus Vorsätze, warum es am Neujahr sein muss oder warum wir immer erst am Montag starten müssen oder mit der neuen Diät und warum nicht jetzt in dieser Sekunde. Bleib mal dahingestellt. Aber angenommen, du machst dir von mir aus am neuen Jahr wieder den Vorsatz, ich bin ein bisschen dick geworden, ich gehe jetzt mal ein bisschen joggen und ernähre mich gesund. Das heißt, ich mache ein bisschen Cardio und erst mehr Salat oder was auch immer. Weniger Kalorien. Und dann hältst du das zwei Tage durch. Wenn überhaupt. Den einen Morgen ist es dann so, wo du dann vielleicht ein bisschen schlecht geschlafen hast, aber weil du dir versprochen hast, du gehst jetzt jeden Morgen joggen, fühlst du dich halt nicht so gut, also diesen einen Morgen und sagst dir, ach, morgen ist auch noch ein Tag. Und zack, wird wieder die Gewohnheit, die du gerade auf oder etablieren wolltest, wieder zerbrochen und du gehst wieder in deine alte Gewohnheit zurück. Ja. Das ist, keine Ahnung, eines der Gesetze der Thermodynamik wahrscheinlich oder so. Schreib das gerne in die Kommentare, welche das ist. Aber ein Körper im Ruhezustand möchte im Ruhezustand bleiben. Das heißt, wir müssen Energie hinzufügen von außen und diese Energie kommt durch eine Form von, jetzt hätte ich beinahe Motivation gesagt, Motivation, glauben wir, dass sie durch äußere Einflüsse kommt. Aber diese Motivation ist eher eine Form von innerer Aggression. Aggression ist synonym zu verwenden mit Motivation. Aber Aggression ist eher die Energie, die aus uns herauskommt. Wenn ich in einem Ruhestatus bin, dann bin ich in einem Status von Neutralität oder in einem Status von vielmehr von Schlaf, von Apathie. Und Aggression ist genau das, was ich brauche. Ich bin nicht aggressiv gegen jemand anderem. Ich bin nicht aggressiv mir selbst gegenüber. Ich habe diesen Wunsch. Aggression schafft einen gewissen Energierausch in mir, dass ich aufstehe und an meinem Ziel arbeite. Und weil ich das mache und weil ich das oft genug mache, beweise ich mir selber, dass ich mir selber vertrauen kann. Selbstvertrauen. Wir brauchen keine Disziplin von außen. Wir brauchen keine Motivationsvideos zu schauen. Wir brauchen keinen Produktivitätsplaner, weil wir sonst unser Leben nicht geschissen kriegen. Das ist alles nett. Wir brauchen keinen Accountability-Partner, nicht jemand, der uns fünf Minuten, bevor wir zum Joggen gehen, uns wach klingelt und sagt, ich bin unten, komm mit Joggen. Das ist alles nett. Aber wenn in dir selber das Vertrauen nicht herrscht, die Form von Disziplin nicht herrscht, und mit Form von Disziplin meine ich, dass der Wunsch zu wachsen nicht größer ist, also wenn der nicht, wenn du nicht den größeren, wenn du nicht den Wunsch zu wachsen größer hast in dir als die Person, die du jetzt bist, dann kann da draußen jemand stehen und 20 Minuten klingeln. Du wirst nicht aufstehen. Du wirst Ausreden finden. Du wirst Ausreden finden, die Frau nicht angesprochen zu haben. Der Wunsch in dir muss größer sein. Du musst den Hunger haben, den unersetzlichen Hunger, dein Ziel zu erreichen. Du musst bereit sein, eine gewisse Obsession zu erschaffen. Du musst obsessiv, wie ein Pitbull, dich an deinem Ziel festbeißen und bereit sein und willend sein, eine Meisterschaft zu erreichen. Nicht wie ein Pitbull an einer Frau festklammern. Ich werde sie erobern, ich werde sie erobern, vergiss es. Nee, nee, wir reden von dir. Wie ein Pitbull an deinem eigenen Selbstbild dich festbeißen. Ich werde der Mann sein, der tolle Frauen in mein Leben ziehen kann. Nicht diese eine spezifische, das macht dich total abhängig. Ich muss sie, nee, nee, nee. Ich muss nicht jemand anderen bekommen. Ich muss die Version von mir bekommen, die ich jetzt noch nicht bin, damit diese Version sowieso gar keine Probleme hat, um Menschen anzuziehen. Die Frage ist nicht, was muss ich tun? Die Frage ist, wer muss ich sein? Das ist die wichtigere Frage. Und dieser Mann, den wirst du nur mit den richtigen Gewohnheiten, die richtigen Gewohnheiten, die kommen aus den richtigen Handlungen. Die richtigen Handlungen kommen aus den richtigen Worten und die richtigen Worte kommen aus den richtigen Gedanken. Und deswegen fängt das wirklich schon da bei den kleinen Wortspielereien an, die wir heute mit Glück und Zufriedenheit und Happiness und sowas schon angefangen haben. Ich meine, es geht noch weiter, wir haben dir schon so viele Beispiele genannt. Beispiele wie, wenn du sagst, naja, ist schon nicht angenehm, wenn die Frau dann einem einen Korb gibt. Also man fühlt sich nicht so gut oder, naja, an besagtem Tag, da haben wir uns getroffen und man hatte ja auch Vorfreude auf dieses Treffen und, naja, diese Dame hatte dann etwas anderes vor. Nun gut, man denkt sich ja dann auch kein Problem. Wenn du so redest, dann disassoziierst du dich von dem Geschehenen. Du sagst, man fühlt sich so und so. Ne, 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 nimm nochmal Verantwortung an und sag, ich habe mich dreckig gefühlt. Nicht man fühlt sich schlecht, ich habe mich dreckig gefühlt. Denn nur wenn du anfängst, diese richtigen Worte zu nutzen, kommt in dir auch überhaupt diese Obsession, diese positive Aggressivität. Nicht negativ. Das Wort bedeutet nichts Negatives. Dann kommt bei dir einfach das Verlangen, etwas zu verändern. Weil wenn du dir selber sagst, ja, ich habe mich dreckig gefühlt, deswegen, ich will das nicht mehr, na, dann hast du auch mehr Motivation, etwas zu verändern. Aber wenn du sagst, naja, man fühlt sich nicht so gut. Ja gut, wer fühlt sich nicht so gut? Du ja offensichtlich nicht, sonst hättest du gesagt, ich fühle mich nicht so gut. Also nimm die Verantwortung an, nimm die Worte auch in den Mund, die wirklich zählen. Werd akkurater in dem, was du sagst, damit das, was du sagst, auch reell wird und damit das, was reell wird, Gewohnheit wird und das, was Gewohnheit wird, das wirst du. Nicht, was muss ich machen, was für ein Mann muss ich sein, wer muss ich werden? Und es gibt noch so viele Beispiele, die du aus deinem Alltag bestimmt kennst, genauso wie ich sie gekannt habe. Genauso wie ich sie gekannt habe. Ich war schon in so viele Frauen verliebt, die mir einfach gesagt haben, du, sorry Andy, aber wir werden nicht mehr als Freunde. Ich sehe dich einfach nicht in einem anderen Licht. Und dann stand ich vor der Wahl. Dieselbe Wahl, vor der Sebastian gerade vor kurzem stand. Ein Mann bei uns im Coaching, der super mutig auf eine Frau zugegangen ist und gesagt hat, hey, ich mag dich. Und dann haben sie sich getroffen, waren auf ein paar Dates und dann hat sie gesagt, ich bin nicht auf der Suche nach einer Freund, nach einer neuen Beziehung. Bei uns wird das nur Freundschaft und er war vor dieser Wahl. Er ist zu dieser Frau gegangen mit dem Bild, ich habe Interesse an ihr. Die Rolle, die ich ihr zuschreibe, ist potenzielle Liebe meines Lebens, potenzielle Liebschaft, potenzielle Affäre, potenzielles romantisches Abenteuer oder was auch immer. Da sollte mehr passieren als nur Freundschaft. Und mit derselben Rolle hat er sich ihr vorgestellt. Ich bin dein potenzielles romantisches Abenteuer, ich bin dein potenzieller nächster Freund fürs Leben. Und sie hat gesagt, nee, diese Rolle sehe ich nicht für dich. Ich sehe dich in einer anderen Rolle. Platonische Freundschaft. Und hier kommt jetzt wieder das Selbstvertrauen ins Spiel. Belügst du dich selber und sagst, naja gut, wir können jetzt nicht zusammen sein, aber mir gefällt sie schon sehr und sie hat tolle Werte und sie ist oft zack und ja, ich mag sie einfach und deswegen überlege ich, vielleicht werden wir doch jetzt Freunde und dann kann ich sie wenigstens in meinem Leben behalten. Aber im Hinterkopf ist der nicht sterbende Wunsch, der immer noch da ist, wenn ich lang genug mit ihr befreundet bin, vielleicht sieht sie ja dann irgendwann doch meine Qualitäten und sieht mich dann in einem anderen Licht, wodurch wir doch zusammenkommen könnten. Erstmal da bleiben, dass es auf Nummer sicher gehen. Ich bin schon mal bis hierher gekommen. Jetzt nicht ihr sagen, nein, dann werden wir keine Freunde, weil dann verliere ich sie auf jeden Fall. Ich will sie nicht auf jeden Fall verlieren. Ich will meine Chancen maximieren. Also spiele ich auf Sicherheit und dann behalte ich sie bei mir. Aber ist okay, wir sind nur Freunde. Und entweder sagst du dir das selber, ist okay, wir sind nur Freunde, oder du sagst ihr das. In beiden Fällen hast du etwas gesagt, was du nicht 100% authentisch fühlst. Du hast dich selber belogen. Du kannst dir selber nicht mehr vertrauen. Dein Selbstvertrauen sinkt. Du weißt, dass du dich selber bescheißt und du fühlst es und du weißt, dass du es immer weiter tust und mit jedem weiteren Treffen und mit jedem weiteren Monat und jedem weiteren Jahr, dass sie in deinem Leben ist und nach wie vor einfach nur gut befreundet ist mit dir und du willst etwas anderes, sinkt dein Selbstvertrauen weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist 100% deine Verantwortung, zu sagen, nein, ich ziehe jetzt durch, was ich mir vorgenommen habe. Wenn sie kein Interesse daran hat, dann ist das völlig okay. Das ist ihre Wahl. Sie hat diese Wahl genauso wie ich. Und deswegen werde ich loslassen. Ich werde sie gehen lassen. Ich werde sagen, hey, ich hatte ein anderes Bild von unserer Beziehung, Freundschaft, was hier sich ergibt. Du bist an was anderem interessiert. Das ist völlig okay für mich. Also wünsche ich dir alles Gute, aber ich möchte nicht einfach nur mit dir befreundet sein. Ich will mehr als das. Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich stehe unglaublich auf dich. Okay, also wünsche dir alles Gute. Hast du die Eier in der Hose, das zu sagen? Wirklich zu dir selber zu stehen? Das ist Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist eine Konsequenz aus den richtigen Gewohnheiten, wo du dir selber vertraut hast. Immer und immer wieder. Das kannst du heute ändern. Das kannst du heute ändern. Ich habe ja auch schon mal ein anderes Beispiel gebracht, dass du dann dieser Frau sagst, hey, super cool, dann bist du ab jetzt meine neue beste Freundin. Ich mache dich zu meinem Wing Girl und du hilfst mir dabei, Frauen kennenzulernen. Das ginge. Das ist die andere Option. Aber schaffst du das? Wirst du dann wirklich andere Frauen kennenlernen wollen und wirst sie dann mit einbeziehen? Oder wirst du dann derjenige sein, der sagt, ja, okay, ich habe jetzt eine andere Frau kennengelernt, aber ich will es ihr nicht erzählen, weil also der Ursprünglichen, wo ich jetzt mit ihr nur befreundet bin, weil ich will sie ja nicht verletzen. Und dann hast du dich wieder selber verarscht. Ich dachte, ihr seid nur Freunde. Entweder ihr seid nur Freunde oder ihr seid es nicht. Entscheide dich. Entscheide dich zur Rolle, die du in ihrem Leben, die du für sie in ihrem Leben sein willst und die sie für dich in deinem Leben sein soll. Und dann ziehst du das durch. Das ist die Rolle. Punkt. Ende aus. Beim Kennenlernprozess, kannst du eine Offenheit haben. Wird sie vielleicht für mich eine gute Freundin? Wird sie eine heiße Affäre oder wird sie die potenzielle Frau meines Lebens? Das kannst du am Anfang haben, bevor du dir sicher bist, welche Rolle sie einnehmen wird in deinem Leben. Aber dann triffst du die Entscheidung. Beim ersten Date zum Beispiel, wenn du sie dann geküsst hast. Beim zweiten Date, wenn du sie geküsst hast. Und es hat nicht geklappt. Okay, dann vielleicht werden wir nur Freunde. Passt. Aber siehst du, ich gehe hier schon von Dingen aus, von denen du nicht ausgegangen bist. Dass du sie zum Beispiel beim ersten Date oder zweiten Date küsst. So, allein da fängt es ja schon an. Warum machst du das nicht? Angst. Woher kommt die Angst? Aus den falschen Gewohnheiten. Deswegen brich diesen Zyklus. Brich diesen Zyklus und fang an, das Richtige zu tun, woran du glaubst, was wirklich in deinem Herzen. Deswegen sage ich es ja immer wieder, woher kommt diese Stimme in uns, die uns sagt, das ist das Richtige, das bereust du. Ist egal, woher sie kommt, aber sie ist da. Hör doch endlich mal drauf. Du weißt genau, wann du etwas hättest sagen sollen. Wann du hättest eine Grenze ziehen sollen. Wann du handeln solltest. Wann du etwas durchziehen solltest. Wenn es sich schlecht anfühlt, wenn du vor der Wahl stehst. Okay, ich könnte jetzt zum Beispiel wieder joggen gehen, wie ich es gesagt habe, dass ich es machen werde. Oder ich bleibe sitzen, weil es regnet. Und du tendierst dazu, sitzen zu bleiben. Während du da sitzt, spürst du es. Du spürst, wie kacke es sich anfühlt. Dieses Gefühl von, ich sollte, aber ich mache es trotzdem nicht. Das ist dein sterbendes Selbstbewusstsein. Du verlierst dieses Vertrauen in dich in diesem Moment. Und das, was sich so eklig anfühlt, ist ein Stück von dir stirbt gerade. Es gibt nur zwei Optionen. Wir wachsen oder wir schrumpfen. Wozu wirst du dich entscheiden? Dein ganzer Tagesrhythmus sollte sich auf eine Sache fokussieren. Und das ist dein Ziel. So, wir müssen jetzt nicht sagen, welches Ziel das ist, in welchem Leben auch immer, ist das auch unterschiedlich. Aber ein Ziel, auf ein Ziel können wir uns einigen, was es sein könnte. Und das kannst du gerne für dich annehmen, für den heutigen Tag oder für morgen und für den Rest deiner Tage. Wenn du magst oder wir finden dir ein anderes Ziel. Aber ein Ziel könnte zum Beispiel sehr, sehr stark folgendes sein. Ich bleibe bei meinem Wort. Das ist alles, was ich heute machen werde. Ich bleibe einfach bei meinem Wort. Von dem ersten Augenblick an, wo ich die Augen aufmache, bis zum Augenblick an, wo ich meine Augen heute Abend wieder schließe, halte ich mein Wort. Egal, was ich sage, genau das mache ich auch. Wenn du dich an diese neue Gewohnheit hältst, dann wird sich dein komplettes Leben revolutionieren. 100 Prozent. 100 Prozent. Du kannst so gut wie alles schaffen, wenn du dich nur an diese eine Regel hältst. So gut wie alles. 100 Prozent. Ja. Das sind Gewohnheiten. Deswegen bringen wir dir im Coaching eben nicht nur ein paar Tipps an die Hand oder geben dir ein bisschen Meditation, damit du dich wohler fühlst in deiner eigenen Haut. Es ist ein Konglomerat aus neuen Gewohnheiten, sowohl des Eigendialogs, also des Selbstbewusstseins, deines Mindsets, als auch die wirklichen Dinge, die du handeln solltest in deinem Alltag. Bei der Arbeit, bei der einen Kollegin, bei der süßen Nachbarin, bei der Frau, die du beim Spazierengehen gesehen hast, wo du Radfahren warst, beim Bergsteigen. Diese Situation, dort gibt es ganz konkrete Schlüsselmomente, wo du dann Stück für Stück mehr anfangen wirst, das Richtige zu tun, auf dich zu hören, auf dein Gewissen zu hören. Und du wirst anfangen, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und so entstehen dann Dinge, wie ich vorhin erzählt habe, wie dem Markus, der dann so souverän den Job bekommen hat, weil er dann so lockerflockig mit dem Personalabteilung geredet hat. Oder 100 Beispiele, die dem Stefan, der eine Freundin bekommen hat, nach ein paar Wochen, wo er selber noch gesagt hat, ich bin eigentlich hierher gekommen, um Erfahrungen zu sammeln, aber vielleicht ist sie jetzt die Frau meines Lebens. Und jetzt haben die geheiratet, vor, ich weiß nicht wie lange, vor, keine Ahnung, halbes Jahr oder sowas, ein Jahr mittlerweile. Wunderschön. Wunderschöne Storys. So viele Storys sind bei uns entstanden von Männern, die gesagt haben, ich werde jetzt anfangen. Ich entscheide mich dazu. Es ist ein neues Kapitel. Ich werde dieses neue Kapitel durchziehen. Und dann helfen wir ihnen durch die Momente, wo es auch mal kriselt. Weil wir kennen das alle. Da bist du nicht alleine. Das ist ja sowieso etwas, was du verstehen solltest. Alle deine Gefühle, die du hast, alle deine Zweifel, damit bist du nicht alleine. Damit bist du einer von Milliarden, die das fühlen. Du bist das komplette Gegenteil von alleine. Jeder kennt das. Und erst recht in so einer Gemeinschaft, wo jeder an sich arbeitet und ehrlich ist mit seinen Bedürfnissen und dass er gerne Frauen kennenlernen möchte und dass er gerne geliebt werden möchte und mit einer Frau einfach mal einschlafen will, nicht mehr alleine sein will. Gerade in so einer Gemeinschaft wie bei uns in der Flirt Masterclass. Da bist du sowas von unter Gleichgesinnten, dass du alles mit ihnen teilen kannst. Du wirst dazu eingeladen, Dinge zu teilen. Du siehst, wie andere sich öffnen und teilen. Ihr trefft euch untereinander. Ihr werdet beste Freunde fürs Leben. Das haben schon so viele Männer haben sich dort getroffen und treffen sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Freundschaften fürs Leben. Du bist nicht alleine. Auch wenn du gesagt hast, ich werde etwas verändern. Ich bin jetzt in Woche zwei meines Coachings und jetzt fange ich an zu zweifeln, ob ich das hinkriege. Ob ich das durchhalten kann oder ob ich nicht doch lieber mich zurückziehe, zurückkauere und dann irgendwelche Ausreden erfinde, wie zum Beispiel, ich mache das dann später irgendwann mal. Da bist du nicht alleine. Die Zweifel sind normal. Die Frage ist, was wirst du jetzt tun? Wirst du auf deinem Bauchgefühl hören? Das Bauchgefühl, was nicht sagt, gib auf, sondern das Bauchgefühl, was dir sagt, hey, halte dich auch an deine guten Entscheidungen, auch an deinen schlechten Tagen. Halte dich auch an deinen schlechten Tagen, an deine guten Entscheidungen. Das ist Disziplin. Mehr brauchst du dann nicht zu wissen. In diesem Moment sagt dir selber, hey, ich trete jetzt einfach mal einen Schritt zurück. Ich habe eine Entscheidung getroffen, das war eine gute Entscheidung. Jetzt gerade habe ich einen schlechten Tag. Jetzt kommt es darauf an. Werde ich mich auch an diesem schlechten Tag an meine gute Entscheidung halten oder werde ich alles über den Haufen werfen und sagen, naja, komm, eine Ausnahme geht. Du weißt genau, mir ist das gerade passiert, als ich gesagt habe, na komm, eine Ausnahme geht. Ich persönlich habe in dem Moment, als ich diese Worte allein gesagt habe, mich schlecht gefühlt. Naja, so schwer ist das Ganze nicht. Entscheide dich und fange an. Komm zu uns, wenn du das möchtest. Wir helfen dir dabei. www.flirtanalyse.de für deine persönliche Flirt-Type-Analyse, dein Charisma-Potenzial. Aber ohne, dass du dich dazu entscheidest, wirst du auch noch nächstes Jahr diesen Podcast hören. Und es ist ja da drauf. Und es ist ja da drauf. Und es ist ja da drauf. Ich würde gerne auf einer positiven Note nennen, Dominik. Übernimm doch nochmal das Wort und fließe es in eine schöne Richtung, bitte. Trag dich ein. Trag dich ein. www.flirtanalyse.de und in einem Jahr, in sechs Monaten kann dein Leben schon ganz anders aussehen. Und wenn du jetzt sagst, oh, das ist das ist jetzt viel zu lange in sechs Monaten, in einem Jahr erst oder ich will nichts machen und habe Angst davor, gut, dann ist das die Entscheidung, dass du dich dafür entscheidest, weiter zu leiten, weiter unglücklich zu sein. Flirtanalyse.de Wenn du nicht wie der Hund sein willst, der auf dem rostigen Nagel liegt und die ganze Zeit jault, anstatt aufzustehen, anstatt wegzugehen, sondern da weiter liegt, weil der Schmerz noch nicht groß genug ist. Aber dieser rostige Nagel wird sich in dein Fleisch reinbohren und früher oder später ist dieser Nagel mit dir verwachsen, es entzündet sich und du stirbst an einer Blutvergiftung. Schöne Metapher, finde ich. Mach dir den Schmerz größer. Mach dir den Schmerz größer, handle jetzt. Flirtanalyse.de und wir sehen uns bald. Fahr vorsichtig. Schöne Metapher. Schöne Metapher. Schöne Metapher. Schöne Metapher.